hallo und herzlich willkommen zurück bei ark yodo schön dass du wieder dabei bist ich habe hier ein bisschen abgefahren hier die ganze höhle hat vorher schon eine aufnahme gemacht aber die habe ich irgendwie voll ich hatte keinen ton von umgebung und so weiter du siehst ja ich habe hier das ganze eis eine ganze stein abgebaut und beim stein farmen und beim metall farmen habe ich diese quelle hier entdeckt also benzin ist auf jeden fall sicher und geräucherte fleisch auf jeden fall auch also das muss ich euch sagen ich war ich bin darüber gelaufen und habe einen rex entdeckt und bevor der mir hier in die basis läuft mal hier vorne zu ist auf jeden fall der plan für heute da vorne zuzubauen und dann mal zu schauen ob der hier rüber kommt ich wollte mir ja eigentlich ein flieger ziehen aber das hat jetzt höchste priorität die basis zu sichern ich habe schon auch ein paar elemente hier durchlaufen aber ich denke mal ich muss noch mal ran ein bisschen umfahren alles klar ja das sind nur 20 stück tropten auf dem heißen stein hier sprichwörtlich wir haben wir noch mal 25 stück als dieser gut kann noch mal durchlaufen ich habe auch dementsprechend level gemacht beim abbauen und habe ich mir hier erst mal die einstellung der gamma bisschen umgestellt was können wir jetzt mit 48 waren es ging so ratzfatz coolen fabrikator brauchen wir uns auf jeden fall polymär und elektronik es lust auf jeden fall den mitnehmen okay wir können auf jeden fall mal metall bauen aber ich glaube zum metall da brauchte zement und zement habe ich keins habe ich noch genug die team kreativen nein ich sag dir die sachen die läuft laufen hier durch ich krieg die ganze zeit hier level muss auch mal sein ich will ja auch fort startieren es war so ein weißer rex den hätte ich gerne wir machen uns auf jeden fall den kasten hierzu weil der kommt von wo sind wir er kommt von dieser richtung von nordwest und ratoren hat sich ja auch eine packe soll man mit kommt da ist jetzt ein flieger auf flieger suchen jetzt durch geboren egal wo man die hier so rüber setzen und zack alles klar stimmt wo hab ich denn die pistole hingesteckt echt jetzt habe ich die pistole weggelegt vielleicht können wir uns nochmal einbauen das ist ja die s plus nee da bin ich zu weit weg egal macht immer kurz steine boah okay das reicht schon es muss ich umstellen auf jeden fall sollten sollte der rex schon in dieser lichtung kommen ich weiß jetzt nicht wo ich das hingebaut habe keine ahnung geht auch mit einem schwanz weg großer wo sitzt das multitool habe ich das noch nicht gebaut da komm weg ich brauche meine pistole ich brauche meine pistole ich brauche meine pistole oder lassen wir das so naja ich weiß nicht bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher ich habe ja hier jetzt schon die sachen darüber geleckt zack zack kann man sich das eigentlich auch anzeigen lassen ok da war keins mehr und hier die reihe die will ich nehmen ach hör auf mich zum schutz nee ein parasaurus mit seinem schwänzchen komm hoch so machen wir uns eine mauer aus steine oder bis nach oben das wird bestimmt gut aussehen hui ja ok das war es schon wieder geht aber schnell schnell material verholzt ok der flieger da bleibt noch auf jeden fall und ja komm strengt sich an oh Gott sei ich glaub das echt nicht sonst kommt er da hau immer drüber und hüpfen na du kleiner jetzt erkennt man wenigstens die viecher jetzt erkennt man wenigstens die viecher halt den mörser den brauchst du nicht hier brauchst du und gleich die nächsten durchlaufen lassen ich brauch aber auch ein tor gell eine von denen und dann noch die tür oder oder was soll denn das brauche ich wieder holz alles klar da brauche ich holz ich und mein holz du noch ist es noch friedlich und ich kann nicht mehr sitzen es gibt so dermaßen auf dem rücken absichern die basis bis jetzt kommt der rechst noch nicht hier rüber was wollte ich machen ich wollte das hier drücken machen das ist schon eine riesenglappe kommen und in ja aber gerade ist es nicht ja noch ein stück so ein stückchen darüber nein da auch nicht jetzt gerade ein hammer oder passt fast rein aber ist nicht drauf du heule er auf mich zu schubser du schubser mensch ist immer schlimmer ist dieser typen turkus das sollte genau drauf sitzen jetzt sind es schon vier stück hier ich muss echt mir so ein foto geben alles klar noch mal rein noch mal raus ein bisschen nach links ein bisschen nach rechts passt gut das hätten wir nein wussten das jetzt sind ich hab die fundamente ich würde dir vorschlagen vogel dass du weg ist sehr gut der wechsel sollte ja hier nicht rüberkommen haben schon bisschen an der basis was wollen ist auch mal nicht schlecht also ist jetzt das gefällt mir so zack das ist geil bleibt nur so viel wasser oder coole sache nehmen wir es so mit rein oder ich brauche hier perfekt und raus aus dem k modus sauber was habe ich gebraucht holz wo ist denn jetzt meine axt das kann die nummer werden die muss hier auf jeden fall erstmal absperren etwas zeit habe ich noch bis der hier rüber kommt wie viel hat mir gefehlt muss ich mir gleich mal schauen war schon level 51 ratze fatze geht es alles klar kann ein paar was aus kommen wir auf die türe dann sperren wir das ab dann kannst du hier eine brücke bauen dann ist es auch gut das gefällt mir jetzt schon besser wenigstens etwas abgetrennt alles geteilt ist läuft auch durch da ist die maus alles klar strukturen stein und das war dann die jetzt hör auf mich zu schubsen bitte wir hatten das doch ausgemacht oder ich brauche da mindestens zehn stück von denen das erste ich baue mir mal kurz noch mal eins von dem ins geht hält uns holz ich nehme schon mal fünf stück mit so und ab gehts das wird cool das wird richtig geil das sollte eigentlich hier wieder alles nachspawnen so mit türe sexy und meine idee was ich habe wäre hier dass ich immer so ein paar von den fondamenten hier wegnehmen ich komme ich komme da nicht durch ich setz komme ich da wirklich nicht durch ich komme durcheinander ich komme da ganz durcheinander ich komme da mal die komische waffe hier weg da kann ich hier nämlich durchflitzen sauber und außer mir kommt hier keiner rein hat die mich gerade erschrocken ich habe das gar nicht auf manuell gemacht so das war das und ich brauche auf jeden fall hier auch einen eingang zack 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 okay hier komme ich durch ich schlage euch ein schnippchen her warum geht denn das nicht habe ich etwa keine fundamente mit ich habe es gleich ich habe es gleich ich habe es gleich und wieder nach hause gehen oder bin ich in denen hier zu hause gelandet das wird man gerade meinen ich gehe jetzt echt kein fundament hin weil mir gleich die steine fehlen raus mit dir raus mit dir hol steine ich würde sagen das ist echt schick cool jetzt kannst du aber welche bauen das sollte möglich sein ach so du konntest nur eins machen gell ich habe doch hier welche drin oha ok also da muss ich nochmal gucken du das ah du das doch weg ok hey hey was hat denn das jetzt so gerockt und dass der das nicht schießen kann wenn der das in der hand hält ist schon unkloppelig tauber so muss es gehen ich muss da nur eine Fackel drüber machen sonst habe ich die Kacke am dampfen na komm warum geht denn das nicht ich will doch da keine Lücke lassen der rechste kommt auf jeden Fall drüber komm ich rein ohne dass ich springen muss und hier naja geht schon sauber cool ey die Hütte die wird geil zack zack sauber junge 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 das wird richtig cool so gucken wir mal was wir noch haben zum bauen ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Fundamente und eine Fackel andernfalls nehmen wir die Dinger hier weg ist ja jetzt alles sicher bis ein giga kommt die Höhle gefällt mir ähm die Höhle gefällt mir ähm wenn wir da noch einen zum Tor machen nee da fehlt Holz ok ich suche mal die ganzen Sachen hier rüber ok die Türe können wir bauen ähm machen wir mal hier ein Stück von denen ok ok dann nehme ich eine andere Idee so Leute da bin ich wieder ich hatte einen kleinen Versatz in der Aufnahme hier ist das Spiel grad irgendwie gecrashed ich habe keine Ahnung was da grad abgeht mit Dark auf jeden Fall machen wir jetzt weiter so die Sachen die möchte ich hier schon noch fertig haben na komm gut Vögele mach Platz geil ja das hat mich jetzt äh Zeit ohne Ende gekostet ah so mal gucken um Pietri ist hier oh Leute oh Leute ihr macht mich nervös sind die eigentlich schon immer so gewesen ey das gibt's doch gar nicht oder na komm na komm uh uh fall da bloß nicht runter ok so 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 ey die kleinen Flieger sind schon schnell Ah Insekten gibt es das aus seinem kopf aussteckt junge 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 so arme dicker oder mal meine wohnung befreien alter ich glaube ich mich mich hackt es moment so ein schönes tier hier geblieben hier geblieben ist gut gutes bild hier aber nicht so und so ja jede sache moment irgendwie da irgendwie klappt das sollte ich aber es ist cool die wii wie konnte ich die wii Ah, so ging das. Geil. Kommt, so ist doch die Belichtung besser, oder? Ja, Pronto im Schein. Äh, eigentlich. Siehst schön aus, Dicker. Aber komm aus dem Ding raus. Toll. So. Gucken wir mal, dass wir wieder von dieser Perspektive rauskommen. Ich wollte ja normalerweise was ganz anderes heute machen, aber... Man kommt ja nicht dazu. Ist ja immer das gleiche. Ein Fliegebart. Und jetzt hier keinen. Okay. Ja, die spucken alle kein Kreatin aus. Das könnte ich vergessen. Schittin oder so wäre eigentlich auch noch möglich. Okay, da kommt anscheinend irgendwie Nebel oder so. Na, ist klar. Hi, Lodo. Ja, Party, Lodo. Ah, guck mal. Okay, 10 Cheatin haben wir schon mal. Ja, so. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ich brauche das doch. Ah, da ist die Sitzung. Sehr gut. Oh, Mädel. Jetzt nicht. Wir hätten hier geschissen. Was ist denn hier? Habt ihr eigentlich gar kein Benehmen, hier Dinos? Das ist sauber. Aha, du gehst doch nicht. Da, Mädchen. Da ist was. Junge, Junge, Junge. Hui. So. Eine Aufnahme hat sie mir heute verhauen. Dann hat sie mir noch... Gab's da gar keinen Ton? Hab ich denn eigentlich mein Paar ausgelassen? Ja, aber ich darf bestimmt unten liegen lassen. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen Tag. Wenn ihr Bock habt, hab ich hier oben rechts ein paar Videos für euch. Schaut euch an, was ihr möchtet. Vielleicht gefällt euch da was. Wir sehen uns bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder von ARK. Bis dahin. Macht euch einen schönen Tag. Ciao.